Das ist auf jeden Fall Süd, Süd, Ost. Auf jeden Fall müssen wir jetzt massiv süden. Ja okay, ich gehe auf jeden Fall wieder hoch in den Außenpol, äh in den... Ausguck, genau, einfach nur, du weißt ja, der Fussel fährt unheimlich gerne wovor. Genau, aktuell nichts Großartiges im Dings. Ich ändere mal wieder unsere Flagge in... ...eins Einhorn und dann passt das. Wir sind die schwulen Dörder. Oh yeah. Hi, 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 hi. Space Taxi to the sky. So, jetzt nehmen wir mal richtig Fahrt hier auf, ne? Äffchen. Siehst du irgendwas? Ich sehe nur Suppe. dann müsste nicht auf 30 grad eure wohnung heiz das problem ist du hast eine frau zuhause und der ist immer kalt genau jetzt das fenster oder die tür auf macht ja so nass wahrscheinlich auch dann ist wieder bombol in der bude weiß ja da vorne ist ein schiff waren die doch nicht alles da ist doch kein schiff das noch kein skelette von schießen session bin mir nicht ganz sicher aber könnte das da drüben der außenposten sein mit den spitzen bergen das ist der außenposten ja 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 der anleger ist an der steuerbordseite oder warte mal wenn du schon sehen kannst nee ist genau geradeaus da 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 dual da 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 Space Taxi A practically Geil Kein Schiff weit und breit Nur Dreck auf dem Monitor Oh doch da ist ein Schiff Wo? Fuckbord So, kannst du einmal runter Richtung Anker? Ja Ich drehe mal jetzt bei Ich hoffe, dass das Ding hier noch rumkommt Ich glaube, das war schon wieder zu knapp Werf mal einen Anker schnell Naja, ja Wow Ich will ja nix sagen, ne Aber? Ja, aber du merkst Was hast du getan, was ich nicht gesagt habe? Ich habe nur versucht noch das Ding umzureißen Richtig Ich wollte nur helfen Ja eben Und jetzt? Jetzt sind wir voll im Arsch hier Sind wir nicht Klar Na, aber Mann, Mann, Mann Schau, was willst du denn? Wir haben noch einen besseren Platz Gibt's doch jetzt gar nicht iv Nö, 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 nö Also das ist hier Perfekt Ich will nur Mal eben sagen, ja Das ist perfekt angelegt hier Eben So, kann ich jetzt Warum kann ich den Hallo? Ja, warum? So, jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier wieder weg? Sag mal, wann kriegen wir eigentlich, hast du schon eine Gutschrift bekommen von der Krähe hier? Ich habe hier nämlich gerade zwei Schädel zumarakter abgegeben. Ja, ich habe irgendwas bekommen, aber ich habe nicht drauf gedacht. Also 20 von den blauen Dingern gibt dir 10.000 Münzen. Hast du mich gehabt? Gibt irgendwas, gibt Münzen. 20 Dinger, 20 von der blauen Währung gibt... 20.000 Münzen, äh, 10.000 Münzen. Und ich wandle mein ganzes Zeug jetzt in Münzen um, weil... Das gefällt mir denn nicht. Wo wird denn das in Münzen umgewandelt? In der Taverne. Bei Jorven hier, ja? Genau. Und ich habe auf einmal 68.000? Wow. Was ist das denn hier alles? Wo verkauft man hier? 63.000 habe ich. Ich habe 90 Münzen und dafür kann man was kaufen, ja? Ja. Ja. Wenn du auf die zweite Seite gehst, kannst du dann die unten irgendwo ganz unten umtauschen gegen... 20 Münzen, 10.000. Ja. Genau. Oder eben irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, ne? Genau. Aber ich mache das einfach in Münzen, weil ich mit Münzen mehr anfangen kann. Ja, zumal diese Ausrüstungsgegenstände jetzt nicht so geil aussehen, ne? Ja. Boah, ist das ein Löwe? Leute. Ne, ich wollte aber irgendwie mal hier mal was machen. Everybody. So, jetzt habe ich 105.000. Damit kann man doch was anfangen, oder? Ja. Hast du eigentlich bei dem anderen Schiff, das da angelegt hat, mal gesehen, was die alles dabei hatten? Die haben ja richtig... Ja, sind mir ein paar... Sind mir ein paar entgegengelaufen, ja. Na gut, ich hoffe, mir ist jetzt noch nichts. Ich... Alter, ist hier viel los. Was die hier alles haben, ey. Ja, ne? Warum haben wir das nie? Ich habe keine Ahnung... Ich meine, ich werde jetzt nichts glauben oder noch mal gucken, aber... Nein, 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 dann macht das nicht. Bitte keine Aggression hier. Nein, nein, nein. Das ist der Schatz und wir sind ja von den anständigen Assis. Ja, der war echt schon voll übertrieben viel, ey. mehr gut werden ich finde es immer noch zu wollen wir neuen auftrag an welcher hat noch zwei von denen gemacht haben weil ich finde die die rentieren sich eigentlich voll gut wie viel haben wir jetzt da gemacht ich habe jetzt knapp 60 40.000 jahr 50.000 90 also 20 40 60 80 82 5 müsstest du gemacht haben wenn du 90 punkte die waren für 20 münzen zehn genau ja irgendwie sind ja okay ich setze mal ein neues dinge alles klar ach das ist wieder dieselbe insel ja doch sieht ziemlich gleich aus naja aber irgendwie doch anders naja sind auf der waren wir aber noch nicht nehmen muss eine andere sein die karte ist ja klar wieder geupdatet also ist ja auch dann wieder neue inseln dazu gekommen und so weiter man sieht aber nicht welche insel das ist also da steht kein name drauf muss man suchen schau mal stell dich mal neben die ist es dir sieht gut aus ja die ist okay gut wir müssen richtung gott ganz schön weit fahren ziemlich nördlich ja nordosten jetzt müssen wir erst mal rauskommen also ich habe mal ganz stark backbord eingeschlagen jetzt mal den anker backbord ist ja eingeschlagen mal gucken wir mal ob wir uns hier frei krächzen können nicht so richtig ne ne wir packen davon fest von dem wie kann man sich denn ziehen mit dem ding gar nicht wir müssen die höhe des rückwärts fahren wer hängt hier halt an dem ding fest ist halt echt unfutterhaft wenn wir das nicht abbauen hier leider nicht aber ein schiff kann ich rückwärts fahren man scheiße wie zieht man denn mit so einem ding wir könnten dann theoretisch auch über die rechte seite fahren aber da würden wir zwar wirklich alles in jedem zeit kratzen insofern wir nicht davon hängen bleiben wie habe ich das gefühl wir hängen richtig fest na ich glaube so oh er hat mir ein schädel geschenkt brauchst du auch weil du dein schiff jetzt opfern muss was ist denn wenn wir das ding jetzt einfach versenken aber er schenkt mir noch was schau mal in dem drüben vielleicht weiß ja ja ok ich verkaufe schon vielleicht haben wir ja glück und die versenken das so ja Bis zum nächsten Mal.